... im Tabellenplatz in Führung Austria-Wien, einen Punkt vor Salzburg. Das Landesgericht Linz hat über den Fußball-Erstdivisionär LASK heute das Konkursverfahren eröffnet. Obwohl der Verein Schulden in der Höhe von 25 Millionen Schilling hat, möchte der ehemalige Fußball-Internationale Max Hartmeier als Kurator den Spielbetrieb sichern. Heute wurde gleichzeitig mit dem Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens auch ein Antrag auf Abschluss eines Zwangsausgleiches beim Landesgericht Linz eingebracht. Unser Ziel kann es sein, dass der LASK weiter besteht.